Honor 20 Lite oder 20S? Welches Gerät ist besser? Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Smartphones unten verlinkt. Design Im Bereich Design sind beide Produkte ebenbürtig mit 51 Punkten. Bei folgenden Eigenschaften ist das 20 Lite überlegen, 8 Gramm leichter und 0,4 Millimeter schmaler. Das 20S ist in folgenden Eigenschaften besser. 0,1 Millimeter dünner, 0,5 Millimeter kürzer und ein Prozent geringeres Volumen. Bildschirm In der Kategorie Bildschirm sind beide Smartphones ebenbürtig mit 47 Punkten. Das 20 Lite ist durch folgenden Punkt besser. 0,7 Prozent höhere Pixeldichte. Das 20S ist durch folgenden Punkt Bildschirmgröße. Leistung Im Bereich Leistung gewinnt das 20S knapp mit 82 zu 78 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 1,4 Prozent schnellerer Prozessortakt, 4 Gigabyte mehr Arbeitsspeicher, 5 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 2,2-fach höheres Benchmarkergebnis, 2 Speicherkanäle mehr und 2 Gigabyte größerer Speicher. Das 20 Lite hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. Hat einen externen Speichereinschub und 67 Megahertz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. Kameras In der Kategorie Kameras gewinnt das 20SH scharf mit 58 zu 57 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 1,7-fach mehr Megapixel der Hauptkamera und verfügt über eine Zeitraffer-Funktion. Das 20Li hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme und es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Audio In der Kategorie Audio ist das 20Li mit 62 zu 12 Punkten eindeutig vorne. Es kann hierdurch folgende Vorteile überzeugen. Hat einen 3,5 Millimeter Klinkenstecker und hat ein Radio. Akku Bei der Kategorie Akku gewinnt das 20S knapp mit 64 zu 59 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser. 10,3% mehr Akkuleistung. Eigenschaften Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das 20S knapp mit 79 zu 76 Punkten. Es sticht hierdurch folgende Vorteile heraus. 9,3-fach schnellere Downloads, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 4-fach schnellere Uploads, hat ein Gyroskop und hat Typ C-USB-Anschluss. Das 20Li hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. Unterstützt NFC. Ergebnis In der Gesamtwertung liegt das Honor 20S mit 58 deutlich vor dem Honor 20 Lite mit 51 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.